Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Entschrouded. Wir sind immer noch auf der Suche nach dem Verstreuten Erbe. Ey, das ist aber auch eine weiterführende Quest, ne? Ich müsste doch eigentlich jetzt mal zu Ende sein normalerweise. Ne, jetzt entfernen wir uns schon wieder. Wir sind hier wieder in die Burg rein, oder was? Wir entfernen uns ja schon wieder. Kommst du da? Nee, du kommst da jetzt nicht drauf, ne? Kommst du da echt nicht drauf? Ich meine, wir könnten sich alternativ da raufbuddeln. Huch, was machst du denn da? Ja, Standort oben. Hä? Aber du musst doch erst in die Richtung laufen. Aber normalerweise... Hier ist die Burg Ehrenstein. Eigentlich ist das doch hier daneben oder so. Normalerweise. Ich müsste jetzt auch langsam mal wieder nach... Hupsi, nach Hause. Ist jetzt hier im Turm drin, aber wir haben jetzt den Schlüssel nicht bei. Es könnte sein, dass es hier drin ist. Aber da waren wir doch schon. Du kommst doch hier gar nicht rein. Du müsstest von da oben rein, ne? Aber da kommen wir jetzt aktuell nicht rein, weil wir den Schlüssel nicht haben. Weil da drin haben wir ja gar gekämpft. Aber wir kommen hier nicht... Warte mal. Ich glaube, du musst in die... In die... In die... In die Burg rein. Glaube ich. Aber wir haben ja keinen Schlüssel bei aktuell. Hupsi. Von daher... Deswegen brauchst du den Schlüssel. Den haben wir... Aber das hätte ich wissen müssen. Aber gut. Das hätten wir schon längst machen können. Nee, nee. Wir kämpfen jetzt nicht mit dem Viech da. Nee, nee. Das war auch so ein Ding hier, ne? Kann man sich da vielleicht... Irgendwie durchklopfen? Ja, das macht. Gut. Irgendwie schon, ja? Naja, man könnte sich hier durch... Wohin... 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 Jetzt müssen wir mal gucken... Denn hier ist ja der Boss drin, ne? Wir müssen... Ach, da oben rauf. Aber da kommst du doch gar nicht... Da kommst du doch gar nicht rauf. Aha. Da müsstest du dich hier durchbollern, oder was? Oh, aufpassen. Hier geht's nach unten. Na gut, dann... Na gut, dann... Kram, wollen wir jetzt mal hier durch? Irgendwie... Nein, 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 nein. Nicht abstürzen hier. Nicht abstürz... Ja, so geht's auch. Ja, aber... Ach, da guck mal, ist eine Tür. Pass auf, jetzt brauchst du eine Schlüssel. Ha, 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 ha. Ja, haben wir leider nicht. Durchballern ist ja hier nicht. Wenn man sich hier durchklatscht. Nee. Ja, man sollte... Wozu braucht man Schlüssel, wenn man sich durchbollern kann, ne? Ha, 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 ha. Immer noch hier in Leuchtenstein, ey, alter. Das ist unser Turm, ne? Alter, cool aus von hier oben, oder? Wow. Aber es ist nicht da, wo wir hinwollen. Hier in 40 Meter. Ich habe jetzt auch kein... Wir wissen darüber, oder? Ich glaube... Aber wir haben ja, wie gesagt, so viel nicht erkundet. Nicht so viel nicht gemacht hier in der... Eigentlich ist das schade. Hier geht es auch noch nach unten. Ach, das ist hier, ne? Hier ist eine Kiste. Es wird ja schon wieder dunkel... Dunkel. Mal sehen, was in der Kiste drin ist. Na gut. Also, müssen wir hier rüber. Aha. 3 Meter, aber wie geht es denn hier lang? Wie Punkt erreicht? Alter, guckt euch das mal an. Segelsetzen. Und wenn er auch geflohen ist, wo er auch geflohen ist, Gormanda ist alleine oder bei einer anderen Kutisane. Die Stadt ist überrannt. Sie haben frühmorgens unsere Mauern einhiedergerissen und höhlen unsere Stadt nun in dicken, atemberaubenden Nebel, dessen Farbe an Straußenfedern erinnert. Jetzt hocke ich hier allein zum ersten Mal seit Jahren. Wie ein kleines Mädchen. Mein Herz flattert wie ein aufgeregter Kanarienvogel in seinem Käfig. Ich hätte weglaufen und mir ein Schiff besorgen sollen. Es ist vielleicht kapern können. Immerhin kann ich fechten und eine Karte lesen. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Ich könnte immer noch mit dem Blauen des Meeres aufwachen und das Salz auf meiner Haut spüren. Mehr Jungfrauen sehen und laut an den Docks singen. Ich will in einem Sturm enden. In einer Feuersbrunst und nicht in einem einsamen kleinen Turm. Lacht mich nicht aus. Ich fühle mich so klein. Wache des Noranshelms. Wuhu. Es wird schon wieder dunkel, ne? Hier gibt's... Gibt's hier noch was? Was Spannendes? Nö, ne? Haben wir das jetzt abgeschlossen? Alter, das... Wie weitreichend ist denn bitte das Ganze? Ich wollte mit euch zu den Säulen... Der Schöpfung. Die haben wir auch nicht gemacht, mit dem Angler, ne? Weißt du was? Es ist aber schon wieder dunkel. Ich würde schon ganz gerne mal schlafen wollen. Müssen wir denn da hin? Junge, das ist aber ein ganz schönes weitführendes Ding, ne? 239 Meter. Aber ich weiß jetzt nicht, ob wir da einfach so rüber... Weißt du was? Ach, guck mal, wer da ist. Unsere Freunde. Es wird schon wieder dunkel. Das sind wir hier immer noch gefangen im Leuchtenstein. Also das machen wir jetzt noch und dann... Das hätte man alles am Anfang machen sollen, ne? Ich nehme jetzt nicht alles mit, weil wir sind voll. Und dann gehen wir nach Hause. Standort oben. Ich mache kurz mal Licht an, ja? Das ist, glaube ich, was ich gesehen habe. Aber wie sollen wir jetzt da raufkommen? Ist da ein Haken? Jo, da hinten. Wieder sowas langes. Belagerungsbericht, Tag 3. Status, schrecklich. Treffer heute 17. Dieser Abschnitt wurde hastig hingekritzelt. Es ist nicht mehr da. Zerfetzt wie Zuckerwatte. Ihre Katapulte sind Teufelswerkzeuge. Verdorbenes Feuer. Hellblau und verschwommen. Ein Vorliegergestank. Eine unbekannte Zahl. Zu viele angeführt von Vorgott. Er kommt. Schwere Stiefel. Hat Kadens Schädel zertrümmert. Unten verloren. Dreck und Schlamm. Alles rot. Eine Welle aus Stahl bahnt sich den Weg zum Marktplatz. Meine Brüder unten schreien. Kein Weg dorthin. Es ist laut. Die Schreie. Ich kann das nicht ertragen. Bei den Göttern. Bitte. Ich bin nur eine Knappe. Bitte lasst mir meinen Kopf. Kaden, es tut mir so leid. Oh mein Gott. Jo, Bitch. Wir haben die komplette Rüstung von dem. Die ziehen wir uns zu Hause nachher mal gleich an. Ist das jetzt abgeschlossen? Jo, okay nach Hause. Mann, ich wollte doch zu den Säulen der Schöpfung. Da werden wir dann nachher hier rüber fliegen, glaube ich. Ach Mensch, Leute. Nach Hause. Siehst du, das hätte man alles am Anfang machen können, ne? Ja. Haben wir aber nicht. Oh, ich bin müde. Ich gehe ins Bett. Hier müssen wir auch weitermachen. Aber ich muss erst, ähm, Zeug ranfarmen. Nimm das mal vorsichtiger. Ah, Gute Nacht. War ein schwerer Tag. Warte mal, wir können uns die ja mal kurz anziehen. Ist noch nicht hell genug, aber wir können uns die mal kurz angucken. Wie die aussieht, das würde ich schon ganz gerne sehen. Haben wir jetzt alles an? Nee, der Kopf fehlt noch. Wo sind die ja? Ach da. Erinnert mich ein bisschen an Conan. An diese Conan-Dinge, ne? Aber es sieht cool aus. Das sieht schon cool aus. Zwei Punkte haben wir. Na, wir wollten eigentlich auf Punktejagd gehen, ne? Ja, guck mal, aber die hat nicht sehr viel, ne? Aber sieht schon cool aus. Oder? Vor allen Dingen, der Helm sieht geil aus. Aber wir haben zu wenig. Sieht schon cool aus. Die hat schon was. Ja. Aber unsere ist besser. Brustpanzer, das Bogen schützen. Wir haben so viel Scheiße bei. Aber sie sieht cool aus. Packen wir mal die alles rein. Oh, wir haben aber hier fast keinen Platz mehr drin, ne? Ja, sie sieht cool aus, aber ist halt nicht so das, was wir brauchen. Zerlege ich. Die könntest du auch mal rüberpacken. Boah, hier hat mich gerade eine Fliege angegriffen. Warte mal. Das können wir eigentlich kaputt machen, weil wir haben ja einen schon. Nein! Was machst du denn da? Ist ja halt der Zweier, gell? Ja, ist der Zweier. Ah, nee. Es wird bei mir nix. Mit der Zweier, da wird bei mir nix. Nee, nee. Lass mal, ey. So, dann. Aha. Die haben wir, glaube ich, nicht angezogen. Ach doch. Sieh mal wieder an. Pack die mal hier rein. Ja, damit hätten wir die auch mal. Die solltest du nämlich finden. Dann hast du nämlich, sag schon, eine Errungenschaft bekommen. Ich sag mal so, ich werde mich mal kurz aussortieren und dann sehen wir uns gleich wieder. So, mal gucken, mal gucken. Erkunde das Refuge in der Flamme bei den Säulen der Erschöpfung. Wir hätten alternativ hier auch noch in dem Ding hier auch noch einen Elixierbrunnen. Und wir müssen... Ich weiß jetzt... Ja, wir müssen darüber. Das würde ich heute schon ganz gerne noch mit euch machen wollen. Und dann könnt ihr mal alternativ dann hier auch noch den Elixierbrunnen hier drinnen machen. Den müssen wir auch noch machen. Ich weiß gar nicht, was ich da... Da unten waren wir auch noch nicht drinnen, ne? Ja, aber so ist das. Guck mal, wir haben so viele Sachen noch nicht gemacht. Wer weiß, was wir hier noch alles noch nicht entdeckt haben. Ach, du hast die ja schon drinnen. Entschuldigung. Ich dachte, du hast immer noch das Schwert. Wer weiß, was wir hier noch nicht entdeckt haben. Kannst dich mal kurz wieder buffen, wenn du willst. Das war noch voll, oder was? Ach, das muss abgelaufen sein, bevor du das buffen kannst. Na, bock, 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 bock. Hallo. Na? Ja, dann sind wir wieder hier. Waren wir schon mal... Hier sind... Ne? Mussten wir da alternativ nicht darauf? Ne, ich glaub nicht, ne? Säulen der Schöpfung. Hier ist irgendwo der große Opa Babu. Ey, Ruhe lassen. Lass doch das arme Huhn in Ruhe. Wie sieht er von dann in Rennen? Euch hat das Huhn nichts getan. Ich hab dich beschützt. Danke, danke. Aber die sehen schön aus, ne? Ja, war ja klar. Standort oben. Jetzt weiß ich nicht alternativ, ob wir da rein... Was los hier? Ey! Na? Du, weg... Wegrennen... Wegrennen bringt's halt nicht, ne? Das ist klar. Da will ich jetzt nicht rein. Ich wollte mal gucken. Wir müssen da vielleicht hoch. Da kommen wir hier... Ne, hier kommst du nicht rein, ne? Wie sind wir denn da letztes Mal hochgekommen? Ja, hier kommst du nicht rein. Ich weiß nicht... Sind wir hier vor... Ahaha! Ne. Ne. Das musst du... Das schaffst du doch! Na siehste, geht doch. Man muss nur wollen, dass es geht, dann geht's auch... Nicht doch! Aber... Ja. Aber... Nicht doch... Nicht doch... Nicht doch... Nicht doch... Nee. Nicht doch... Ja. Ja. Aber hier oben waren wir doch gewesen, Leute. Aber die sagen ja, es ist oben, ne? Ich kriege eine Krise, wenn es ganz da oben ist. Guck mal, wie... Hä? Wie sitzt du denn da rum? Aber es geht doch hier nicht ganz rauf, ne? Ach was, die haben wir jetzt mal übersehen. Na gut. Erkunde. Aber es ist ja ein Standort oben. Wir müssen mal gucken, wie wir da raufkommen. Ui, 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 ui. Vielleicht kommen wir hier auch irgendwo rauf, alternativ. Jetzt sind wir schon wieder weiter weg. Aber hier drin waren wir doch, ne? Wir müssen da oben rauf, irgendwie. Aber hier drin waren wir doch. Oh, da müssen wir hier durch. Ne, guck mal, wir entfernen uns ja schon wieder. Wir können es ja mal ausprobieren. Nein, wir kommen ja hier wieder hin. Wir kommen ja wieder ins Sanktum hier zurück. Das ist ja nicht das, was... Ne, ne, das ist ja... Hier ist das Vuka-Lager und du musst hier irgendwie rauf. Bei den Säulen der Schöpfung. Oder wir hatten da irgendwo da rauf gemusst. Ich glaube nicht, dass du durchs Miasma musst. Du musst irgendwie da rauf. Aber hier ist doch keine Höhlenpassage, oder? Ne. Das ist eine Vuka-Arena. Der Standort ist oben. Hat der ja gesagt. Denn da ist er eher, ja, ne? Ne, wir wollen ja das da machen. Die können wir immer nochmal machen. Standort oben. Aber hier ist es, was wir sehen, Also müssen wir irgendwie da raufkommen. Huch. Müssen wir einen anderen Weg finden da hin. Wir müssen ganz da nach oben hin. Oder ich habe da alternativ was übersehen, da oben. Wir können sich alternativ auch nach oben buddeln. Aber wir müssen ganz nach oben da glaube ich rauf. Aber wir rennen ja weg. Achtung, hier ist ein Loch. Oh, nicht stolpern. Es kann gut durchaus sein, dass wir hierher... Ruhe. Es muss ja einen Weg geben da rauf. Genau so wie immer. Hau ab. Mhm. 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 So. Aha. Da oben ist eine Höhenpassage. Ja, ich sehe schon, wir kommen wieder da nicht hin heute. Da ist eine... Hier gibt es nichts weiter. Das könnte, glaube ich, da hinten sein. Da oben ist auch wieder so ein Wookerlager. Du sag mal, woher erschreckst du mich mal so nicht? Soll in der Schöpfung. Ach, da unten ist eine Kiste. Gut. Okay. Tja, dann werden... Ach, guck mal. Hallo Wookie. Hallo Wookie, Mann. Da oben eine Base bauen, war. Warte mal, bevor wir hier lesen. Aber das ist eine Flamme, die man... Die ein bisschen zerstört ist, ne? Da musst du dich durchbuddeln. Was ist mit dir passiert, Wookie? Höhlenpassage. Ja, die ist unter uns, glaube ich. Ja, das Refugium ist im Arsch. Wozu ist jetzt hier eine Leiter? Hm. Geräusche. Wir haben sie letzte Nacht gehört. Ich bilde mir das nicht nur ein. Die Inschrift, die Knochen, die Wooker kommen wieder aus den Tiefen in ihrer Höhle. Wir müssen unseren Grabungsort verlassen. Es wird zu gefährlich. Wir werden auch alle Relikte zurücklassen. Ich möchte sie nicht verärgern. Raincrim. Suche nach den Relikten der Wooker. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Und ähm... Ja. Ich bedanke mich fürs dabei bleiben, fürs zusehen. Und abonnieren nicht vergessen, ja. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir hier die Relikte suchen. Und hier oben eine schöne Base bauen. Das wär geil. Das wär geil. Und dann ganz da oben. Bis dann. Tschüss. Das wär geil. Und da oben.